Hier ist die Rezeption. Direkt am Eingang, wenn man hier rumkommt, kann man schön einchatten. Gäste-Relation, kann man sich etwas bestellen. Spezialitäten-Restaurant, alles kann man hier schön machen. Und hier ist dann der Eingang von außen. Und hier geht es direkt rüber. Kamerunda zum Spa, Palazzo Games Center, da gibt es verschiedene Sachen. Und hier unten ist gleich in der Halle, ist gleich die Bar. Wird alle lecker.